Ich bin der Gravner-Milchädler, Geschäftsführer von der Firma Gravner Estriche GmbH. Wir befinden uns hier im wunderschönen Burgenland in der Nähe von Jennersdorf und dürfen von der Firma Berdenmoser heute in einem Privathaus das Seirium wieder einmal einbauen. Es wird hier ein schönes altes Gebäude hergerichtet, ein alter Bauernhof und durch den Altbau haben wir hier sehr unterschiedliche Höhen. Und da kann ich schon bei den Vorteilen von Aerium einsteigen. Wir haben Schütthöhen von 10 cm bis zu teilweise 40 cm. Dadurch, dass das Aerium 250 von der Firma Berdenmoser vom Lkw mittels Computer hineingemischt wird, haben wir eine ständige gleichbleibende Konsistenz, was den Einbau und natürlich auch die Produkteigenschaften weitaus verbessert. Bei herkömmlichen Ausgleichsschüttungen würden wir hier bei dieser Baustelle circa zwei Tage benötigen. Mit dem Aerium werden wir das in einem halben Tag schaffen. Weitere Vorteile sind die Nachhaltigkeit, die Sauberkeit auf der Baustelle, die unterschiedlichen Schütthöhen, weil wir bis zu 50 cm hoch schütten können. Was ist die Schütthöhen von Aerium? Bisher hatten wir immer das Problem mit den herkömmlichen Schüttungen, dass die meisten auf Rohölbasis hergestellt werden. Der Vorteil von Aerium ist natürlich, dass dieser auf mineralischer Basis hergestellt wird, dass diese Schüttung sehr ökologisch ist und auch nachhaltig. Wenn dieses Haus irgendwann in ein paar hundert Jahren mal abgebrochen werden sollte, kann man das wunderbar recyceln und es fällt kein Sondermüll an. Aufgrund der Nachhaltigkeit sind wir davon überzeugt, dass dieses Produkt in Zukunft einen großen Marktanteil einnehmen wird.